Ich bin der Kecht Richard, ich bin Fostwirtschaftsmeister und ich arbeite bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum in der Laubau. Ich habe da relativ starke Fichten stehen und das ist ein Rückhänger, das heißt der hängt in eine Richtung, wo ich ihn nicht brauchen kann. Und jetzt zeige ich euch, was man beachten muss, wenn man mit Keilen den in die Richtung bringen möchte, wo man ihn haben möchte. Und ich fange erst einmal mit dem Fehlschneid an und dann schauen wir weiter. Anwachen! Gut, jetzt habe ich einen Fallkerb vorher schon geschnieden gehabt, der ist eher ein bisschen klar genug. Dann habe ich bewusst keine Splintschnitte gemacht, weil das ja auch Holz ist, das er auf den Zug herhält, dass er nicht so leicht zurückfallen kann. Und jetzt habe ich halt so weit geschnieden, bis ich im hinteren Bereich vom Stamm bin. Und da habe ich jetzt den ersten Keil gesetzt und jetzt werde ich dann so kleinweise einen Keil nach dem anderen weiter setzen, je nach Größe vom Baum und wie stark er zurückhängt, ausreichend. Aber lieber einen zu viel, einen zu wenig, weil wenn er zuhört hinten, dann hat man ein Problem. Jetzt schneide ich noch ein bisschen und setze noch ein paar Keile. So, jetzt mache ich noch ein paar Keile. Gut, und jetzt kommt die eigentliche Keil ab. Und was jetzt da wichtig ist, ich habe jetzt drei Keile drin und es wird ganz oft ein Fehler gemacht, dass ich jetzt auf einen fünf oder zehnmal drauf schlage, dann auf den anderen oft und auf den dritten, da sollte man oft wechseln. Also ich habe auf den ein oder zwei Mal, dann werden die zwei ein bisschen lockerer, dann auf den ein oder zwei Mal, dann werden die zwei ein bisschen lockerer und so weiter. Und dann habe ich die mich um mich nachher neun, für das habe ich mehrere Keile drin. Okay. 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 Ich denke, das hat jetzt schon ein bisschen kracht. Aber der ist jetzt ziemlich drin. Jetzt schaue ich, dass ich den wieder rausbringe, weil da tue ich dann eine Nachsitz rein. Das heißt, ich bearbeite jetzt erst einmal bloß die zwei und schaue, dass der wieder locker wird. Ah, geht noch nix. Perfektes Timing. Jetzt kommt der da, das ist jetzt ein spezieller Nachsitzer, der ist da vorne ein bisschen höher. Das heißt, da habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Hubhechen. Mit dem geht es jetzt weiter. Schauen wir mal, ob der gelangt. Ich bin ein bisschen mehr so. Da geht noch nicht hin. Das ist ein bisschen mehr. So, und jetzt habe ich meine Nachsitzung drin und jetzt geht es los, wie macht man weiter? Es gibt eine Methode, wenn man so zwei aufeinander tut, aber das hat einen Nachteil, weil sich der Winkel von den zwei Keilen verändert. Der wird ja dann von der Steigung her doppelt so steil, also habe ich die Gefahr, dass man hinten raus haut. Die wird halt größer und deswegen schneide ich mir da jetzt so eine Holzscheime runter und lege die unter. Gut, jetzt habe ich mir da gleich ein paar Scheime hergeschnitten, unterschiedlich dick, weil es kann ja sein, dass das noch ein wenig dauert, das geht dann in einen Aufwasch. Jetzt schau ich mal, der passt perfekt. Jetzt tue ich halt am Anfang die Scheime erst weit noch rein und dann kann ich wieder meinen Keil bearbeiten. So, der lässt sich ganz schön bädeln, aber ich habe mir Gott sei Dank ein paar so Schäume hergekriegt, hole ich mir halt noch mal eine oder zwei. Ohr. Ohr. Okay. Ja, man. Oh, bocken! Vorwachen! Gut, das liegt weiter, der Stock ist mir nicht besonders gut gelungen, da habe ich ein bisschen zweiführig geschnitten, aber das, was ich herzuziehen möchte, das kann ich herzuziehen, wenn man den Stock jetzt so anschaut, dann schaut da auf den ersten Blick der Vollkab relativ groß aus. Das täuscht aber ein bisschen, ich zeichne jetzt einmal an, weil wenn ich jetzt nämlich da einmal so eine Linie rummache, dann muss man sagen, ungefähr da, in dem Bereich, ist die Stammwalze gar, das was außerhalb ist, also das im Grunde auch, alles was außerhalb ist, das sind schon Wurzelanläufe und das darf ich auch nicht rechnen und von der Stammwalze her gesehen, ist jetzt der Vollkab eher klein, was hat das für einen Hintergrund, das geht um einen Hebe. Ich habe ja da meine Bruchleisten und ich habe da meine Keile und umso weiter, dass der Abstand ist zwischen Bruchleisten und Keile, umso größer ist mein Hebe, also wenn jetzt die Bruchleisten weiter nach vorn wandert, dann wird meine Hebe größer, wenn die weiter nach hinten wandert, dann wird er kleiner. Mehrere Kraft habe ich halt einmal mit einem größeren Hebe, deswegen ist es wichtig, dass die Bruchleisten weit genug fallen ist und dann muss man halt darauf schauen, dass man genügend Keile hat, dass man die Keile auch abwechselnd bearbeitet, also ich habe jetzt am Anfang ja einmal bei drei abwechselnd draufgeschlagen, wie die drei ganz drin waren, da war der Baum ja schon ein Stück weiter vorn, da habe ich dann auch mit weniger weiter gemacht, weil ich sage einmal, jeder Zentimeter, wo der Gipfel weiter vorn ist, geht er ein bisschen leichter und wenn die Keile ganz drin sind, dann ist er da oben schon ein ganzes Stück vorn, da kann man dann auch mit weniger weiter tun, aber vor allen Dingen in der Anfangsphase sind mehr Keile besser. Ich hätte jetzt dann natürlich auch noch weitermachen können, ich hätte jetzt da noch mehr so Stecker rein tun können, aber irgendwann ist es einmal gut und wenn einer einmal nicht auf Anhieb gleich umfällt, lasst es euch nicht durcheinander bringen, da kann man sich mit wenig Mittel, alles was ich im Wald so dabei habe, kann ich mir auch helfen und dann bringt die Bäume normal schon da hin, wo sie hin sollen.